Okay, Leute, wir sind back auf Badham diesmal und ich habe neue Kopfhörer. Ich höre mich die ganze Zeit aber auch selbst, das fuckt mich ein bisschen ab. Ich weiß nicht, ob das so gehört oder ob ich irgendwas falsch gemacht habe. Aber anyways, wir gehen... Wir gehen rein mit einem Head-on-Build. Und alle Perks hier sollten eigentlich ziemlich Sinn ergeben. Du dummer! Verpiss dich, Mann! Oh nein! Erkopf, erkopf, erkopf! Erkopf, 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 erkopf. Erkopf, 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 erkopf. Ist ja mal sehr beruhigend, doch. Ist ja mal sehr beruhigend. Aber ey, falls ihr irgendeinen Tipp habt, wie man so Head-Sets so ausschalten kann, dass ich mich nicht so selbst höre, wäre, wäre cool. Das Ding ist, ich glaube, das geht nicht. Oder ich bin dumm. Und, genau, wirklich, also, jeder andere Generator ist auf 0% gewesen und genau der hier wird blockiert, wo ich bin. Natürlich, natürlich, aber jetzt mal Bilder klären. Head-on haben wir, dann haben wir nochmal den Perk, der in Lockergehen faken kann. Dann haben wir nochmal Inner Healing und dann haben wir Quick and Quiet, dass wir leise reingehen können in Locker. Und mal gucken, wie das laufen wird. Also, ich, ich, ich habe echt keine so großen Erwartungen. Wo sind hier überhaupt Chants? Nicht dumm gerade? Ah, hier ist ein Generator, okay. Ja, okay. Mir geht's miserabel. Ja, versuch's mal! Versuch's mal, okay? Ja, okay. Das will ich auch mal sehen jetzt. Du fucking idiot! Oh! Ach so. Juckt gar nicht, oder was? Bitte komm hoch. Bitte komm hoch. Ich rette dich, wenn du hochkommst. Oh mein Gott! Ich rette dich jetzt. Ich rette dich jetzt. Achte. 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 Wo ist er? Warum ist er da drübe? Was macht dieser Killer? Hä? Was tut er? Okay. Okay? Wie du meinst, Bro? Also, ich will dir da gar nicht dazwischenreden. Ist alles okay. Du kleiner, kleiner Bastard. Es reicht aber langsam mal. Was? Was? Junge, was machst du denn? Bitte check den Locker. Ah, das ist mager. Das ist mager. Glaub mir. Trust, trust. Er liebt sowas. Ah, läuft leider nicht so bei dir. Wie läuft da nicht so? Warte mal. Das ist gar nicht Circle of Healing. Das ist der Speedperk. Äh, das Speedboon. Okay. Sieht man auch nicht allzu oft, aber... Angenommen, mitgenommen, sag ich mal. Angenommen, mitgenommen. Oh, okay. Wurde aber jetzt woanders gesettet. Aber, Generator ist gefinished und da bleibt er noch immer. Kein Hook. Was? Und ich weiß, dass hier ein Totem unten ist. Nochmal für Inner Healing. Oh mein Gott, warte. Das könnte vielleicht der Move meines Lebens... Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Okay. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Äh. Der arme Junge. Der versteht das Spiel doch nicht. Och man, ich bin aber auch böse, muss man sagen. Oh, come on. Der arme. Der arme Mann. Jetzt hat er auch noch. Tinkerer ist voll in Panik und macht dann das. Willst du es zu mir, oder? Nee. Ja, okay. Jetzt wird halt anscheinend gleich wieder ein Generator gefinished. Also, Bruder. Bitte lass uns doch den Generator hier machen. Dann gehe ich halt hier zu dem Generator. Juckt auch nicht. Der arme... Okay, ich bin aber auch stupid. Ich laufe so drei Sekunden lang in der Wand. Cool. Mag ich. Oh, warte. Das ist sogar der hier, oder was? Hä? Hat er nicht Tinkerer gehabt? Bin ich dumm? Okay, kann sein, dass ich stupid bin. Kann auf jeden Fall sein, dass ich stupid bin. Also, unser Build ist aber auf jeden Fall ziemlich gut bislang. Mag ich. Fühlig feier ich. Und, ja. Der arme. Der arme Mann. Der arme. Das ist sein erster Down nach vier Chains. Nach vier fucking Chains. Okay. Ich will natürlich ein bisschen mehr Value aus meinem Build holen. Deshalb mache ich mal Diesel. Nee, ich glaube nicht, dass das der Move ist. Oh, meh. Och, Mann. Okay, diesmal checkt das natürlich. Aber er soll es diesmal auch checken. Oh, Mann, komm. Ja. Oh, scheiße, Mann. Oh, ist tut mir leid, Mann. Ist tut mir leid. Ey, wirklich. Was soll ich denn machen, Junge? Was soll ich denn machen? Es ist mein Job hier zu entertainment. Entertainment, genau. Hm, ja. So sagt man das natürlich. Okay. Könnte jetzt wissen, dass ich hier bin. Oder es juckt ihn einfach nicht. Okay. Oder? Das will ich mal sehen. Das will ich sehen, Bro. Oh, der. Der Arme, Mann. Och, Mann. Das musste sein. Sorry. Das musste sein. Du Idiot. Komm, versuch wieder zu rushen. Du schaffst das, Homie. Ich glaube an dich. Auch wenn die Welt nicht an dich glaubt, ich glaube an dich. Okay? Ich glaube an dich. Mein Leben lang werde ich an dich glauben, Homie. Aber wer chaset hier eigentlich wen? Ja, okay. Den Hit hast du. Den Hit gebe ich dir. Das lasse ich dir, Homie. Oh mein Gott. Okay. Das könnte jetzt sogar kritisch werden. Okay. Ah. Okay. Okay, 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 okay. Schade, schade, schade. Aber ist fine. Ist fine, ist fine. Er wird mich so hart campen. Oder? Er wird mich so hart campen. Mann, bitte nicht, Junge. Bitte nicht. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe, mein Bubi. Nee. Bitte, mach echt nicht. Wäre schon ehrenhaft, wenn mich die Mates hier retten überhaupt. Imagine, I don't know it. Okay. Immer, immer dieser eine Maid aber auch, der sich so gedenkt, oh, meine zwei Mates sind gerade dabei zu retten. Ich mache mal das Geld auf. Ich mache mal das Geld auf. Könnte smart gewesen sein, aber so touch ich es noch nicht. Noch. Noch. Okay. Ja, der kämpft so hart, oder? Der kämpft doch so hart, oder? Okay, danke, dass du es versucht hast. Jungs. Das ist fine. Das ist fine. Okay, warte. Ich heile mich ganz kurz mal. Okay. Das dauert eh nicht lang. Was macht ihr? Nee, das schaffe ich nicht. Das ist keine Engel. Naja. Okay, wir müssen uns healen. Wir haben halt wegen einem Mates keine Zeit gerade. Beziehungsweise wenig Zeit. Ja, okay, schade. Bitte geh mir nach, Bruder. Ich bin der da, ich die ganze Zeit schon... Warte, hallo. Bro. Was geht? Ich weiß halt nicht, wer die Gates aufgemacht hat und wer sich dachte, oh, eigentlich, eigentlich eine gute Idee. Weiß ich nicht. Oh, Bro. Sieht nicht mal so gut aus gerade, ne? Ist hier ein bisschen zu viel rumgechokt. Gar nicht mal so lustig, oder? Was? Fun. Oh, du Hammer. Oh, du Hammer. Junge, Bro. Es tut mir wirklich... Es tut mir wirklich vom Herzen weh. Ich will den Maid nicht zurücklassen. Ehrlich nicht. Nee. Mach ich auch nicht. Ich lock ihn so weit wie möglich weg. Ja, er ist nicht hinter mir. Das Ding ist, ich weiß halt, wo... Ich weiß halt, wo ein Totem ist, aber die Zeit reicht nicht. Ich glaube, das wird mich umbringen. Okay. Er hat Bock auf mich. Boah, Backflip rausgemacht. Let's go. Was zum Fick war das für eine Runde? Der Arme. Bitte sagt, die anderen schaffen's jetzt raus. Bitte sagt, die anderen schaffen's jetzt raus. Ich hab wirklich so viel Zeit gekauft. Komm. Er hat heute noch immer nicht genug. Aber er hat am Breakable ja noch immer nicht genutzt. Das heißt, wenn eine andere genug Zeit erkauft... Nee. Nee. Wird nix. Er bekommt zwar die Hälfte des Progresses geschenkt, sozusagen, aber... Warte. Warte. Nein. Oh mein Gott. Das wär so... Oh mein Gott. Imagine the Killer, dass ich gedacht... Hihi. Ich slug dich. Ich slug dich. Nee. Ist tot. Ist tot. Da ist ein Hook normalerweise. Da ist ein Hook normalerweise. Unlucky. 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 Ja, aber... Mh... Muss ich auch sagen, war nicht der Move, das Gate... War echt nicht der Move, das Gate aufzumachen. War echt nicht der Move. Nee. Also, nee. 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 War nicht. War nicht der Move. War nicht der Move. Trotzdem natürlich TG. Und... Es ist viel zu stupid. Viel zu stupid. Ich will das Bild gern noch mal... Boah, der Arme hatte Bloodfavor. Der Arme hatte Bloodfavor. Und Call of Brine. Oh, boah. Mh... Der hatte nur zwei gute Perks. Weil der eine ist sofort weg gewesen. Der andere ist zu Tode genervt. Aber... Das Bild will ich noch mal probieren. Ich glaub, das Bild werde ich sowieso jetzt auch generell, wenn ich nicht aufnehme, öfters rocken. Weil es kann... Es kann schon... Es kann schon funny sein. Ich hasse Head-On, ja. Wenn ich gegen Head-On spiele. Aber mit Head-On spielen, ja. Da bin ich schon anderer Meinung dann. Aber holy... Deshalb dachte ich die ganze Zeit der Tinkerer. Ich hab voll vergessen, dass das Head-On existiert. Weil bleibt ja 10.000 Gute in uns hat. Aber anyway, es war eine geile Runde. Bis zum nächsten Mal. Und ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal.